Willkommen zu Dog Hotel. Unsere Hunde haben wir ja im letzten Part fertig gemacht. Riley ist jetzt ganz toll und hört auf alles. Und Rosie ist total sauber. Und deswegen können wir jetzt den Tag beenden. Frau Köhler, dank dir hört Riley auf alle meine Kommandos. Toll! Frau Jung, Rosie sieht jetzt richtig schön und gepflegt aus. Gut gemacht. Level 3, mach so weiter und entdeck alle Möglichkeiten des Spiels. Jawohl. So, Hunter, Erziehung. Hunter von Frau Hoffmann hört nicht richtig. Sie will, dass er besser auf Kommandos hört. Okay. Louis, Erziehung. Der Hund Louis ist zu aggressiv. Er legt sich immer mit anderen Hunden an. Hilf ihm bei der Erziehung. Okay, Hunter, guten Tag. Du bist ein Yorkshire Terrier, glaube ich, ne? Könnte, könnte sein. Könnte aber auch was anderes sein. Steht eigentlich die Rasse irgendwo? Ja, Yorkshire Terrier bin ich gar nicht so schlecht. Liebe und Hörn. Okay. Dann bekommt der Kleine doch erstmal, oder haben wir alle Möglichkeiten mit ihm, ein bisschen Klickertraining würde ich ganz gerne machen. Okay, gib laut bei ihm. Fangen wir also ganz von vorne an. Gut. Hast du gut gemacht. Okay. Ah, und jetzt können wir auch weitermachen. Jetzt machen wir noch Sitz mit ihm. Und nochmal. Und noch einmal. Gut, super. Oh, ist aber unglücklich. Ich glaube, der braucht erstmal ein bisschen Liebe. Spielen sollte doch auch eigentlich Liebe bringen, oder? Wir streichen ihn erstmal. Ich weiß noch nicht, wie ich da reinkomme. Wollte ich das wieder zu machen? Nein, da wollte ich noch nicht hin. Da will ich später hin. Ah, so. Okay. Alles klar. Jetzt. Jetzt. So, ich hoffe, dann geht's ihm jetzt gleich ein bisschen besser. Er ist immer noch unglücklich. Wir gucken gleich mal in die Akte, wenn wir den fertig gestreichelt haben. Vielleicht liegt es auch an irgendwas anderem. So, jetzt haben wir's gleich. So, okay. So, gucken wir einmal. Ähm. Ja, aber da steht nicht, was ich machen kann. Die Zuneigung des Hundes steigt, wenn du ihn streichelst oder mit ihm spielst. Ah, spielen. Die Erziehung eines Hundes kann durch das Klickertraining oder das Suchspiel verbessert werden. Suchspiel? Hör. Äh. Wir gehen mal raus in den Garten. Und er kriegt dir erstmal was zu essen. Ähm. Ja. Und was war das nun bei dir noch? Auch spielen. Und so, den kann ich da noch eigentlich auch mit rausschicken. Und dann habe ich beide Hunde draußen. So, dann spielen wir jetzt erstmal ein bisschen. Du hast sowieso nicht mehr viel Energie. So. Super. Einmal noch. Und dann, ähm, kümmern wir uns um Louis. Und die Energie ist jetzt leider von Hunter weg. Und er muss dann doch schlafen. Ähm. So, Louis. Dann du jetzt. Wie komme ich denn da wieder hin zu dir? Muss ich hier erst rein? Nein. Hm. Irgendwie kann ich ihn nicht anklicken. Da geht das. Aber. Ihn kann ich nicht anklicken. Kurz mit dem Finger probieren. Nö. Warum kann ich ihn nicht anklicken? Kann ich mit ihm nicht da draußen spielen? Ähm. Wie kriege ich ihn jetzt wieder rein? Nö, das nicht. Äh. Kommt der von alleine irgendwann wieder rein, oder? Hm. Ist ja ein Ding. Bewegt sich irgendwie auch nicht? Komm ich nicht ran. Hallo. Ah, werfen wir noch einmal. Du bist müde, ne? Ja. Wäre ich auch. Wenn ich du wäre. Ja, weiß ich nicht. Kommen wir nicht ran. Das ist ja ein Ding. Nein. Da wollte ich doch gar nicht hin. Hm. Ach, hier ist der Parcours. Okay. Ja. Ich klick noch mal ein bisschen um ihn um zu, aber, hm. Da tut sich nix. Okay, das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Dann würde ich jetzt einfach mal den Tag beenden, denn, ähm, Hunter ist total müde. Und da klappt das auch mit dem Anklicken immer sofort und auch hier mit dem Boxen, also reagiert schon zu schnell. Okay, und beenden wir jetzt einfach mal den Tag und gucken mal, ob wir am nächsten Tag dann glücklich machen können. So, erstmal Futter wieder und das und sauber machen. Alles sauber? Jawohl. Schön. So. Kleiner Dreckspatz. Okay, Louis, ähm, Essen hast du, sauber bist du auch nicht mehr ganz, dann bürsten wir dich jetzt mal. Und dann mal gucken, wie wir ihn ein bisschen höher kriegen. Das dürfte ein bisschen schneller gehen. Es wäre schön, wenn das mit den steigenden Leveln eventuell etwas schneller geht. Das wäre echt toll. Mal gucken, ich bin gespannt, was das so bereithält für die höheren Level. Also, zu der Light-Version der Unterschied ist ja, wir haben jetzt schon mal andere Hunderassen gehabt. Das finde ich schon toll. So, Louis, was machen wir mit dir? Äh, Essen hast du gekriegt? Ähm, die Erziehung des Hundes kann durch Klickertraining. Dann klickern wir doch jetzt mal mit ihm. Da können wir auch nur, gib laut erstmal. Okay. Und nochmal. Jawohl. Und dann machen wir noch eine Runde. Und noch eine Runde. Und einmal noch. Jawohl. Ne, das reicht erstmal. So. Dann würde ich jetzt gerne nochmal wissen, wir haben hier noch Dings, das ist Parcours. Oder das Suchspiel, ich verstehe nicht. Ähm, Such, Such, Suchspiel? Hoppala. Äh, wie komme ich wieder zurück? Da drüber? Was habe ich denn nun gemacht? Ja, speichere das mal. Fertig. Okay, alles klar. Irgendwas habe ich jetzt angestellt. Keine Ahnung, was ich da angestellt habe. Irgendwie die Bildschirmtastatur aufgemacht. Okay. Ähm. Äh, was wollte ich denn jetzt machen? Parcours. Oder das Suchspiel. Aber das Suchspiel scheinen wir noch nicht zu haben. Ich versuche das jetzt nochmal hier mit der Maus zu machen. Mal gucken, ob es klappt. Was ist denn? Äh. DÖH. Aha. Jetzt hat es geklappt. Ich muss das immer so auf dem Schwarzen machen, glaube ich. Immer wenn der Hund so da ist. Worum passt das eigentlich? Okay. Super. 9 von 10, juhu. So, was können wir mit dir denn noch machen? Du bist ja schon sehr am Ende. Ich würde gerne mit dir spielen. Ich würde das gerne mal probieren, ob das funktioniert, jetzt mit dir zu spielen. Vielleicht ging das auch nur nicht, weil beide draußen waren. So, nur einmal und dann darfst du ins Bettchen. Okay, gut. So, dann haben wir doch da einiges geschafft bei Louis. Das dauert aber noch ein bisschen, bis wir ihn dann so weit haben, dass wir ihn nach Hause schicken können. So, Hunter. Du musst erst mal gebürstet werden. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So. Okay. So, wieder sauber. Dann können wir eigentlich mit ihm spielen. Machen wir erst ein bisschen Klickertraining und dann gehen wir raus zum Spielen. Totstellen finde ich ja so klasse. Flatsch. Ja, das gefällt mir. Und Flatsch. So. Okay, was machen wir noch? Eins machen wir noch. Männchen! Oh, das hatten wir noch gar nicht. Ah, okay. Und nochmal. Und nochmal. Hm, klasse. Okay. Gut. Dann können wir... Eigentlich mit ihm noch spielen. Für die Zuneigung. Wenn das denn funktioniert, heißt das. Wenn jetzt die beiden Hunde draußen sind. Ah, doch. Funktioniert. Was ist das hier eigentlich? Hm. Ich würde interessieren, was dieses Suchspiel ist. Mal gucken. Also, ich hoffe, das kommt dann jetzt demnächst. Okay. Und nochmal. So, jetzt ist Hunter auch müde. Und, ähm... Oh je, wie heißt denn du jetzt? Ich habe es vergessen. Louis ist auch müde. Ich würde sagen, dann beenden wir doch den Tag. Allerdings machen wir das erst im nächsten Part. Also, bis denn. Ciao, ciao. Ciao, ciao.